Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und was ist los? Bitcoin pumpt in den Montagmorgen, jetzt die letzten 2-3 Minuten ging es jetzt plötzlich richtig ab, nachdem wir die ganze Zeit so am Wochenende um die 27, 27, 2 gependelt sind, startet der Montag jetzt richtig bullisch rein. Ist das wirklich nachhaltig? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen, mit was das möglicherweise zu tun hat, auch da werden wir ganz kurz drauf blicken und wie wir uns positionieren können. All das im heutigen Update-Video, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und weiterhin gilt, wenn ihr euch einen neuen Account macht bei BingX, habt ihr die Möglichkeit, diese Woche ein Merch-Paket zu gewinnen. Wird am Freitag dann ausgelost. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Video, wie gesagt, Bitcoin bei 27.700 US-Dollar und was ist das jetzt gerade für ein Move? Wenn wir jetzt mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart gehen, ich habe das Video jetzt vor 2-3 Minuten gestartet im Endeffekt und genau dann kam eben dieser Move innerhalb kürzester Zeit von 27.200 auf in der Spitze 27.800 US-Dollar. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz von unserem letzten signifikanten Hoch bei 28.600 knapp bis zu unserem Tiefrunde auf 26.500 sind wir jetzt genau ins Golden Pocket reingekommen. Wir haben die größere Ineffizienz sogar hier oben noch gefüllt. Wir haben hier noch so einen leichten Widerstandsbereich in Form von einer kleinen Supply, die hier noch liegt. Die könnte sich der Markt gegebenenfalls noch in den nächsten Minuten holen, wäre dann aber meiner Meinung nach jetzt erstmal so das Maximum, was ich mir vorstellen könnte, was der Markt erreichen könnte. Wir sehen, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die anderen Charts gucken, Gold ein bisschen negativer heute in den Tag gestartet, die XY auch ein bisschen negativer in den Tag gestartet, was natürlich dann wiederum dazu führt, okay, Bitcoin wiederum ein bisschen Stärke im Markt, auch wenn ich mir lieber wünschen würde, Gold und Bitcoin verlaufen parallel, aber gut, wir sind immer noch ein bisschen abhängig vom US-Markt. Aber der erste Move in dieser Woche auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Ineffizienz hier gefüllt, die kleine Supply-Zone hier oben muss er nicht mehr unbedingt holen, aber wäre meiner Meinung nach sehr wünschenswert, um die Liquidität in diesem Bereich hier oben noch abzuholen. Und ansonsten kommt es jetzt wirklich darauf an, schafft Bitcoin hier im Endeffekt nach diesem schönen Breakout aus dieser Range, die wir unten die ganze Zeit gebildet haben übers Wochenende, wirklich nochmal einen positiven Retest. Das würde bedeuten, auch hier ziehen wir uns das FIP-Level von unserem derzeitigen Tief bis zu unserem derzeitigen Top, kann sich natürlich jetzt noch um ein paar US-Dollar noch nach oben oder nach unten verschieben, wäre es sinnvoll, hier nochmal in diesem Bereich um 27.200 US-Dollar zu testen. Und genau hier kam jetzt eben die Liquidität rein, das heißt, sollten die Market Maker im Endeffekt hier nochmal versuchen, diese Vector-Candle aufzufrischen und die Liquidität darunter abzuholen, wäre das hier mit dem Golden Pocket perfekt, um dann wirklich einen Breakout hier oben übers Golden Pocket und dann möglicherweise sogar Richtung 28.800 US-Dollar zu starten. Also es ist immer noch so unser übergeordnetes Ziel. Zieles heißt es nicht, dass aufgrund der dramatischen News, die im Nahen Osten da im Endeffekt sind, oder aufgrund der negativen News, die im Nahen Osten sind, dass es jetzt die ganze Zeit nur noch unten geht. Gegen Korrekturen sind immer noch möglich und deswegen auch die Marke von hier oben. Wie gesagt, 28.800 ist nicht ganz unmöglich jetzt diese Woche zu holen. Vor allem jetzt mit diesem positiven News, beziehungsweise mit diesem positiven Move, den wir jetzt zu Wochenbeginn haben, müssen wir aber trotzdem ein bisschen aufpassen. Weil First Move meistens dann auch der Fake Move und vor allem wir haben Wochenbeginn und wenn wir uns jetzt mal den Traders Reality Indikator ansehen, sehen wir natürlich auch, okay, absolute Vector-Candle hier in diesem Chart, die sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten und mit dem Daily Open würde das natürlich dann auch noch sehr, sehr gut übereinstimmen. Hier unten die 27.150, wer sich daran gerade erinnern kann, dort lag das Golden Pocket, würde also sehr, sehr gut passen. Wenn wir im Endeffekt jetzt maximal noch hier hochgehen, die Liquidität zwischen RSI ist auch schon deutlich übergekauft, dann zum Daily Open zurückkehren, das testen und dann wirklich einen neuen Versuch nach oben hin starten. Das ist jetzt das Bullische oder der Bullische Case. Bearische wäre, wir fallen dann komplett durchs Daily Open und werden komplett abverkauft. Danach sieht es aber derzeit nicht aus, weil das Volumen sehr, sehr stark ist. Und wie gesagt, wir hier oben jetzt erst einmal einen schönen Widerstand haben. Gehen wir rüber zu Ethereum. Im Endeffekt der gleiche Move wie bei Bitcoin gerade, nur nicht so impulsiv meiner Meinung. Also klar, vom Move her sieht es ziemlich gleich aus, aber ihr habt es gerade gesehen, bei Bitcoin eine deutlich größere Candle. Hier haben wir auch noch einiges an Widerstand über uns. Es kann aber noch folgen, dass Ethereum hier ein bisschen länger braucht und sich dafür dann im Endeffekt hier oben die Marke, wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben, 1.615 US-Dollar, dass wir uns im Endeffekt diesen Move hier oben dann nochmal holen, beziehungsweise die Liquidität, die in diesem Bereich hier oben liegt, um dann möglicherweise erst erneut abzuverkaufen. Bitcoin hat es im Endeffekt schon voraus. Das heißt, sollte Bitcoin ein bisschen konsolidieren, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass Ethereum im Endeffekt diesen Move macht. Ziehen wir uns auch mal hier ganz kurz das Fit-Level, wo sind unsere nächsten Widerstände. Da sehen wir auch, okay, der erste kommt hier bei 1.593 rein, der zweite hier ganz knapp vor unserer Ineffizienz, die im Endeffekt hier oben liegt. Also das sind unsere zwei Widerstandszonen. Besser wäre es, wie gesagt, für den Ethereum-Kurs, wenn wir uns im Endeffekt hier oben die 1.615 US-Dollar holen, dort die Ineffizienz füllen, Liquidität in diesen Bereich bringen und von dort aus dann im Endeffekt abverkaufen. Wir haben hier, wenn wir das so ganz kurz sehen, auch noch ein, zwei Vector-Candles, die im Endeffekt auch noch gefüllt werden sollten oder könnten in diesem Bereich. Das würde ganz, ganz gut passen, dass wir wirklich hier hochkommen. Wir haben den 800 der EMA hier oben auf den 1-Stunden-Schal auch noch kommen. Also das wäre jetzt das bullischste Ziel, sage ich jetzt mal für heute, für morgen im Endeffekt, dass wir die Liquidität hier oben holen und dann möglicherweise auch mit einem Short reingehen. Ich würde jetzt hier momentan nicht wieder in den Long reinhüpfen, beziehungsweise nachträglich noch irgendwie reinhüpfen. Chance wäre gegebenenfalls, dass wir hier unten nochmal in diesem Bereich, wo im Endeffekt jetzt der Pump begonnen hat, bei 1.562, dass wir kurzfristig, also das ist der langfristige Plan, den machen wir mal ganz kurz weg, dass wir kurzfristig hier nochmal runterkommen, Liquidität tanken und dann eben diesen Fahrtweg weiter fortsetzen. Wäre eine Risky-Long meiner Meinung nach, aber man kann es probieren im Endeffekt mit einem Stop-Loss und einem letzten Tief, das wäre ungefähr ein Stop-Loss von 0,7% Risky, aber ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, würde ich sagen, bei Ethereum. Wie gesagt, Rest müssen wir jetzt heute mal gucken, wie im Endeffekt auch die amerikanischen Börsen so öffnen oder schließen. Nasdaq jetzt nicht gerade positiv jetzt in den heutigen Tag gestartet, wie gesagt, DXY, erste kleinere Verluste, Gold natürlich mit Korrektur, ist nicht wirklich bearish, gehört dazu, haben wir im Wochenausblick drüber gesprochen und ja, Dow Jones momentan ein bisschen seitwärts war. Also schauen wir uns alles heute Nachmittag vielleicht nochmal an, in einem kurzen Update-Video, ansonsten würde ich sagen, gut vorbereitet für den Tag, Golden Pocket im Auge behalten, sollten wir danach, wie gesagt, hier unten diesen Bereich um 27.150 mit dem Daily Open verlieren, sieht es wirklich übel aus, ansonsten Retest im Endeffekt von dieser Ineffizienz, die wir hier gebildet haben, beziehungsweise von dieser Vector Candle und dann, sag ich mal, weiterer Push nach oben. Sieht nicht wirklich schlecht aus, dass wir wirklich nochmal die Marke von 28.8 möglicherweise sogar diese Woche antesten können, je nachdem, was noch für News aus Nahost natürlich kommt. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, Like da lassen, Abo da lassen, wünsche euch einen erfolgreichen Start in die Handelswoche und ich denke, wir werden uns später auf jeden Fall noch einmal sehen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.